So ein Mist! Okay, Herr Schmidt, hören Sie erstmal auf zu schreien. Ich habe eine Mail an meinen Chef geschrieben, die ich gar nicht schicken wollte. Können Sie die bitte sofort zurückholen? Wann haben Sie die E-Mail denn versendet? Am Montag. Das war vor vier Tagen. Er hat sogar schon geantwortet. Ja, aber so habe ich es doch erst erfahren. Und was soll ich Ihrer Meinung nach jetzt tun? Sein Gedächtnis löschen? Können Sie das? Klar. Ich muss nur einmal hier drauf drücken und puff! Wollen Sie es ausprobieren? Herein! Schöner Kugelschreiber, Herr Schmidt. Meine E-Mail von Montag? Frau Koch, in Zimmer 3 brauchen noch mehr Licht. Mehr Licht? Was soll das jetzt schon wieder heißen? So, Frau... Meine Webcam ist so dunkel. Ich brauche mehr Licht. Okay, haben Sie denn schon... Ich habe schon alles versucht. Okay, Frau Koch, Sie haben ja wirklich schon tolle Arbeit geleistet. Aber ein bisschen mehr Licht fehlt noch. Ich meine, da drüben steht noch eine Lampe. Ja, jetzt haben wir genug Licht. Dr. Bauer, Sie sind einfach der Beste. Echt jetzt, Dr. Bauer? Meine Netzhaut löst die schon ab. Wollt ihr wissen, wer nie den Kaffeesatzbehälter leert? Ich! Das hat er euch schon fünfmal gemacht. Das hat er euch schon fünfmal gemacht.